Abfahrt Richtung Frachtumschlag. Oh ne. Es geht los. Nächster Hand. Markers Station. Ha! So, guck mal, ob der Niko funktioniert. Kommt mein Digga, kommst du? Arme gebrochen. Es ist schon, es ist schon wirklich übel. Es ist schon wirklich übel. So, nachher. Nächster Schweinepack hier. Das ist interessant, die hat natürlich noch gar nicht knapp in einer mutierten Form gesehen. Die schießen. Schwebe wie ein Schmetterling. Das ist ja gut, wie ein Firmen. Für ein Achievement. Was ist da irgendwie chillen denn jetzt so scheißschnell? Okay, die kommt echt um die Nase. Das ist ja gut. Whoa. Oh! Oh, hinter mir. Krass. Shit, jetzt bin ich wirklich in die Küche. Aber ich muss mich definitiv heilen. Da wollen wir mal durchhalten. Nein! Heilig. Weicht noch nicht. Krass. Nein! Was ist das denn bitte? Es hat zwei Köpfe? Oh no! Nein! Oh krass. Okay, er hat Power. Er hat richtig Power. Einfach den Schädel eng geschlagen. Okay, scheinbar unser erster Obergegner oder irgend sowas in die Richtung. Was ist das denn? Nein! 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 Oh shit! Ah, das warten wir nicht. Nein, nein. Montiert der jetzt? Oh nein. Oh nein. Ach, das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Ach, Mist. Ich komme an der Waffe. Die ist zu, die ist scheiße. Oh nein. Oh, 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 okay. Okay, ich muss mich als allererstes irgendwie heilen. Ansonsten habe ich mich zu viel. Scheiße. Blöde Haushaltssituation. Oh nein. Komm mal, Hennep. Schon ausreichen. Oh. Ah, ja. Ah. Oh. 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 Woh! Mann! Shit! Ärgerlich! So ein Mist. Wenn er sich einmal irgendwie an diesen Container verkeilt, kann er natürlich auch nie mehr ausreißen. Das war's. Die nächste Ingoe ist high-risk. UNTERTITELUNG Oh, ich bin dran. Oh, ich bin dran. Oh, ich bin dran. Ja so. Wenn er mich nur einmal kriegt, bin ich am Arsch. Oh, ich bin überhaupt nicht angespannt. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Nein, shit, alter. Oh. Nein, man. Nicht, hau ab. Schnell, weg. Lauf. Oh. Nein, man. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Das ist übel Tatsächlich ist die Richtung ein bisschen blöde Oh, bitte komm Jetzt drauf Ja, Alter, wir haben ihn Oh CPU-Drucker Was? Oh, holy Ich bin voll fertig Ich möchte mich jetzt einmal übergeben Einmal würde ich übergeben Das ist, was ich voll meinte Der Waffenwechse ist halt einfach Der ist halt nicht geil im Spiel Also ich muss tatsächlich 5000 Andere Waffen Andere Knöpfe drücken Irgendwie in Kombination mit Rädchen hoch Rädchen runter Bevor hier irgendwas passiert Und das ist das Mist Das einfach Mist Das Nase hätte ich jetzt wahrscheinlich ja nicht machen können Boah Ja, tschüss Sikowski So, hier haben wir noch ein Implantat Samt Körper dran Das können wir uns tatsächlich mal kurz anbauen Ja, ich bin da Ja, ich bin da Wenn du die Yu-Jing-Ci eingreifst vor mir nicht Lauf weg So schnell du kannst Bei allem, was heilig ist Okay Jenny Jun Hör mal nicht hier Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig Aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone So, es kann halt sein, dass wir noch einen nicht gehört haben Kolonie Wir sind an der Kolonie angekommen So, ich würde tatsächlich jetzt mal hier kurz an der Stelle auch ein bisschen noch weiterspielen Was ist das denn? Dixi-Klo? Das ist ein Dixi-Klo Nein, wie schön Weil die Checkpoints tatsächlich ziemlich blöd gemacht sind Und ich habe keinen Bock noch mal auf den Bossfight No way Ich meine, es ist doch so Auch mit Doppelschichten komme ich kein Stück weiter Es tut mir wirklich leid, dass es so lange dauert Ich hasse den Gedanken, dass du noch auf Helix festhängst Ich verspreche dir, ich hole dich da bald raus Du fehlst mir Mhm, okay Tja, na hier als Wachmann Das ist bestimmt nicht geil So, dann steh hoch So, einmal durch Ich denke, ich muss jetzt hier auch nicht mehr schleichen Ich glaube, die waren nur In den unteren Ebenen Ich bin in der Kolonie Wo bist du? Alter, das ist ganz schön eine Favela, ey Licht, Tom, alles klar Licht, Tom, alles klar Licht, Tom, okay So Ah, schau mal an Wir sind tatsächlich mal jetzt endlich leer mit der Kniffte So Und ich möchte jetzt Diese Waffeln bitte nehmen Ich denke, dass hier viel, viel besser ist Duren Barr Das ist ein Typ Ja, was für eine Frau Okay Drunter können wir nicht abspielen Oder haben wir schon abgespielt Kann auch sein Rüber Ich hoffe ja natürlich Ja, warum kann es denn nicht einmal einfach sein? Hm Sind das die Die Blinden? Ja Toll, ich dachte, der Schungelang vorwärts hier Zack Wieso sind die denn eigentlich überall? Frag mich Kann denn das jetzt sein? Ich meine, gut Das war auch die alte Kolonie Mittau Wieso habe ich denn schon wieder diese Dreckskniffte? Wieso ist die schon wieder an meiner Hand? Ich verstehe nicht Ich verstehe nicht So Kann man dann hier die Sicherung Kann man doch bestimmt aufmachen Oh, er schaut sie ja in die Richtung Ich dachte, er hat sich nicht mehr dreht Und weg Und tschüss Oh, steht hier noch einer? Das ist ja echt fies Irgendwie Wir stehen hier oben Einfach nur rum Und du denkst Okay, ist alle klinik Kann nochmal laufen Am Arsch Okay, schauen wir mal Was? Was? Können wir hier oben? Ja, ich komme nicht in den Aufzug Dieser Bereich ist abgesperrt Ich bin nicht so da gekommen Musst du durch den Wachraum da oben Um alles aufzumachen Wachraum Ich suche hier unten einen Oh, okay Und? Ach, echt? Jetzt muss Ich muss ja wirklich in meine Richtung Ah, der dreht sich mit mir mit Aber Wie spinnt der denn jetzt? Nein, 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 nein Nicht dieses E Das andere E, bitte Das So Ist hier vielleicht so ein bisschen wachraum Oh Gott Dann eben so Dann eben einfach so Wenn man hier will Dann eben ich Dann eben so Oh shit Da ist ja noch einer Sind wir halt lange genug geschlichen Jetzt auf die Art So heißt aber auch wenn die jetzt vielleicht von oben alle runter gehüpft sind Äh Oh, was haben wir? Kiste Nee, die sind einfach Die kommen einfach Die 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 joinen einfach der Party Äh Mit hinzu Und jetzt it Okay So Vielleicht hier Machen wir hinter Die kommen jetzt nicht durchdacht Das Na ja gut So So Kommen wir eventuell mit dieser Welt weiter Nein Darin war er wieder Inventar voll Was haben wir da? Ich ich das für eine? Schön Können wir nichts nutzen Muss man nicht wegschmeißen Das ist gut Nein Nein, nein, nein So Gucken wir mal Ob wir uns das Ding jetzt Achso Wir werden wir wahrscheinlich einfach bloß von unten holen können Na Juhu Okay Wo ist denn jetzt dieser besagte Raum? Oh Explosionsbehälter Das wäre natürlich eine schöne Sache gewesen Aber das war ja Verlaufen Das ist ein kleiner Patzer Nur Und schon wieder ist er Diese Bekackte Beschissene Uff Man warum? Echt Also Graf Diese Prinzip Der Wachenverteilung nicht Das macht einfach keinen Sinn Lassen wir es doch mal ein bisschen Stinkern hier Oh komm Mir kommt doch einer raus Oder? Was ist das? Sturmgewehr Bauplan Oh Hallo Freunde Oh Hallo Freunde Sturmgewehr ist doch mal eine geile Sache Das kommt jetzt unerwartet her Lass es los Lass es los Ich lass es los Ich lass es los So Schön Wir gehen umwandern Etwa an der Normale Ne Das ist immer blöd Man geht es immer nicht Ach Oh Hier ist ein Ach Und Er hat schon wieder Das andere Gewehr genommen So Bisschen Schmieregel Ach Die arme Sauer zerwischt Die arme Sauer zerwischt Hab sie Ich sollte zurück zum Aufzug Oh leil, leil, leil Was? Ja Komm einfach raus Das musst du sehen Und schon wimmelt es wieder Von diesen Pennern Hier Wimmelt es? Schönen Schön Auch mal noch wegkriegt Gott sei Dank Ich dachte Ich dachte Er ist schon so Da gerade an uns dran gewesen Dass wir schon Keine Chance mehr haben So Bisschen Lebensgel Aufstandsflinten Munition Er versteht mich nicht falsch Ich möchte mich nicht Beschweren Über die Munition Aber Ich Irgendwie Ich werde mit dieser Flinte Nicht warm Weil die einfach nicht So ein verkehrt Geiler Boomstick Und dann Auf zum Aufzug Auf zum Aufzug Oh Zwei gleich Schön Hat sich noch schön Umgedreht Na, ist so wunderbar Na, das kommt Ja, nicht weg Moment, hervor Ach Guter Schnicki Haben wir gekriegt So Na, dann Auf Zum Aufzug Das kam mir schon Voll so komisch vor Einfach nur rum Lümmelte So Karte benutzen Bitte Und Aufzug Aktivieren Das kam Das kam von Bis zu Schall Steh Die